Und dann Moinzen zu einem weiteren Video zum VfB Stuttgart, diesmal aber nicht wirklich fußballbezogen. Das ist ein Video von der Kategorie A Long Time Coming. Es war klar, dass es irgendwann kommt, schon länger im Hinterkopf gewesen. Wir haben uns oft darüber auch ausgetauscht in Chats, in Livestreams und so weiter und so fort. Das Thema VfB und YouTube-Auftritt oder Social Media-Auftritt generell. Deswegen hier ein kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Ich will hier logischerweise nicht den VfB blind fronten. Das soll alles konstruktiv und auch einfach hergeleitet sein. So einfach konstruktiver Austausch. Vielleicht zieht es irgendwer vom VfB, keine Ahnung. Kann irgendwie viele Leute sich das Video hier reinziehen werden, aber wir legen los. Wie die sportliche Talfahrt. Ja, habe auch schon öfter für die Uni, für Abgaben da zum VfB recherchiert. Und eben jetzt auch thematisch zum Thema Social Media recherchiert. Da bestätigen halt dann einfach im Endeffekt auch Auswertungen das Bild, das man so ein bisschen hat, dass man da sich ein bisschen abhängen lässt. Auch gerade im Vergleich zu anderen Bundesligisten und anderen Vereinen in Deutschland. So 2012 ist schon ein Ticken her, ich weiß so, aber es ist gerade dann später im Vergleich ganz schön mit eben aktuelleren Auswertungen. Gab es Datenerhebungen und logischerweise auch Ergebnisse zu eben den sozialen Medien. Interessant ist da, Mitglied vom VfB war da am Start, Mitglied des VfB-Vereinsbeirates, hat da mitgewirkt, war Leiter der Forschungsgruppe von dieser Auswertung, das ist der Professor Dr. André Bühler. Und bevor ich es vergesse, logischerweise gerade auch hier wieder mit solchen Sachen, alle Links unten im Sammellink verlinkt in der Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid. So Facebook-Ranking der ersten Bundesliga war der VfB auf Platz 8. Und jetzt was auch interessant, YouTube-Ranking teilte man sich mit Schalke 04 2012 den ersten Platz. Das mal merken so. Im Twitter-Ranking belegte man Platz 10 und den ersten Platz nochmal hatte man beim Google-Plus-Ranking dargeteilt mit Werder Bremen. Auch ganz interessant, es gab eine gesamte Wertung für den deutschen Social-Media-Meister im Sport quasi so. Da war auch noch Handball dabei, Basketball, Eishockey dabei und da war man tatsächlich mit Platz 5 auch sehr ordentlich am Start. Gehen wir mal sechs Jahre nach vorne. In der Saison 18, 19, 2018, 2019 wurden die Social-Media-Accounts der Bundesligisten vom Internationalen Fußballinstitut bewertet. Also da auch Facebook, Instagram, YouTube und Twitter gab es ein Punktesystem und dort landete der VfB sogar nur auf dem 14. Platz. Also Abstiegskampf pur. Und für YouTube nehmen wir die Statistiken aus dem Februar 2021, also letztes Jahr, in allen Rankings, also Engagementrate, Aufrufe, Zahlen, Abonnenten, in Sachen YouTube eben, nahm man Platz 9 ein. Deswegen gemerkt von vorhin, das ist eine schlechte Entwicklung, muss man leider einfach so sagen. 2012 noch geteilter Erster gewesen in der YouTube-Auswertung. Logischerweise, klar, das sind natürlich auch andere Punktesysteme bestimmt auch gewesen, nicht 1 zu 1 miteinander vergleichbar, auch irgendwo klar. Trotzdem, ganz böse gesagt, das ist eine Talfahrt, die vergleichbar mit der sportlichen Entwicklung ist. Die Lehre auf YouTube. Ja, jetzt mal schauen, was du und ich, wir, wir fast 47.000 Abonnenten vom VfB auf YouTube denn geboten bekommen. Im Grunde genommen kann man sagen, ja, Pressekonferenz. Die gibt es immer im Re-Live und eben kleinere Formate. Pressekonferenz ist das Thema auch, keine Ahnung, gab es früher auch mal im Livestream. Ich kann mich da an die Corona-Zeiten vor allem erinnern, das ist jetzt irgendwie auch schon seit Längerem einfach nicht mehr am Start, auch nur noch im Re-Live. Mit kleineren Formaten ist eben sowas gemeint, wie jetzt zum Beispiel eFocus so, wo ein Spieler Fragen gestellt bekommt beim VfB und dabei muss er immer auf die Frage davor antworten. Videos sind da irgendwie auch nur maximal eine Minute lang, trotzdem im Querformat auf YouTube gepackt. Das wirkt eigentlich als Short- oder Instagram-Real-Format oder sowas. Dazu auch Trinkpause gibt es, das Format kommt auch manchmal immer wieder. Fragen eben auch an VfB-Profis, meistens zwei Stück, meistens ist noch ein Fritzle dabei, eben gesponsert von Natpurpark Quelle. Ja, da auch mal mit ersichtlich mehr oder weniger Bock von den Profis auf die Fragen, die sie da gestellt bekommen. Und eben dazu auch immer wieder die Torparade vom Nachwuchs, auch ganz schön. Und eben so Special-Sachen, so zu Trikots oder jetzt die Kooperation mit Jaco und sowas. Und das war's halt so. Das ist halt im Vergleich zu anderen Bundesliga-Vereinen oder auch Zweitliga-Vereinen echt sehr mau, echt sehr schade, muss man einfach so sagen. So, ich nehme mal als Beispiel Eintracht Frankfurt raus. Die ist klar Europa League so, die haben natürlich auch viel, viel mehr Raum und viel, viel geilere Sachen, die auch einfach Leute anziehen, das anzugucken. So, aber trotzdem, schon seit längerem macht das Frankfurt mit am besten in der Bundesliga so. Auch diese Videos rund ums Euroleague-Finale, der Spielfilm dazu quasi so, so Inside-Style-mäßig, wie man es vielleicht auch von Liverpool kennt. Das ist einfach sau, sau geil. Und was bekommen wir? Den Zahnputz-Song. So, das ist jetzt gar nichts gegen den Zahnputz-Song. Das ist nett, das ist YouTube Kids, alles okay. Aber ich finde den Direktvergleich, das ist einfach geil. Aber weil zu den Neuersen ist Frankfurt vielleicht ein bisschen mies, so als Gegenbeispiel quasi. Deswegen nehmen wir auch andere. Schalke, Bremen, Hertha. Alles aktiver, alles hat verschiedene Formate. Und eben auch so absolute No-Brainer, wie so ein alle 30 Saison-Tore von Simon Terodde, Fire-Highlights, also Aufstiegs-Fire-Highlights bei Bremen, Relegationsflug von Hertha. Das sind alles so No-Brainer, das war alles so einfach beim VfB umzusetzen. Und wir hatten ja ein Riesen-Highlight. 2 zu 1 gegen Köln, da wurde überflutet online mit Sachen. Beim VfB auf YouTube ein Video, genau ein Video. Das 2 zu 1 nach der Ecke, ein YouTube-Short-Video, das war's. Auch ganz aktuell, auch wieder Eintracht Frankfurt, ich weiß, sorry. Aber es war auch einfach geile Idee, Fan-Vlog, Fan-Stadion-Vlog eben vom Europa-League-Finale. Sau, sau geile Idee, auch sehr, sehr, ja einfach nett und cool umgesetzt das Ding. So wirklich schön geschnitten und alles. Sehr, sehr sympathisch alles gemacht, so. Das muss auch nicht jedem gefallen, ne. Dieses Stichwort von Influencer aus dem Stadion, so. Ein ganz anderes Themenfeld, so. Das will ich ja gar nicht aufmachen, so. Da kann ich auch Stunden drüber reden, so. Aber ich feier's, das ist einfach geil. Und der VfB macht's ja in irgendeiner Form auch. Die bringen ja jetzt Handy-Clips quasi, wo einer dann irgendwie an der Bande steht und so was. Und da als Beauftragter quasi Tore filmt und so weiter. Das ist ja cool. Aber das ist dann halt ein Clip auf Instagram und das war's dann halt wieder. So, macht doch da einfach was draus auf YouTube. So neue Formate, neue Sachen ausprobieren. So generell das Thema. Noch eine geile Idee. Auch mit der Eintracht Frankfurt. Ich weiß. Sorry. Watchalongs. Auf Twitch. Mit Frankfurt-Fans. Natürlich dann auch mit das perfekte Beispiel, so mit Nico Heimer am Start, ne. One Football Culture Berlin. Fußballahnung ist beliebt in der Fußball-Community, so. Aber im Medienbereich, sympathisch, das passt perfekt, so. Da gibt's einfach geile Reactions. Auch gerade zu Euroleague-Spielen, geile Reactions gewesen. Schöne Live-Films auf Twitch gewesen. Und auch wieder so einfach umsetzbar. Ich glaube, da haben wir so 12.000 Follower, die Eintracht auf Twitch. Das war beim VfB auch so geil und eben auch wieder relativ einfach umzusetzen, wie gesagt. Match-Reactions gibt's ja wenigstens, ne. Es gibt ja genügend Fans, die es machen, nicht eingeschlossen, aber eben auch die Jungs vom STR-Podcast zum Beispiel, so. So, da ist aber halt einfach trotzdem großer Nachholbedarf da, wo man einfach, ja, Ideen umsetzen kann, irgendwas Neues machen kann, so. Die Formate, das ist, wie gesagt, einfach mau. Und man merkt das auch einfach am Zuwachs dann auf YouTube, den es halt gefühlt praktisch nicht gibt. Ich weiß natürlich jetzt nicht auswendig, wie viele Abonnenten der VfB jetzt quasi heute vor einem Jahr hatte. So, aber man kann über Social-Bate oder sowas zum Beispiel so ein bisschen in die Analytics reingucken in Sachen Zuwachs. Und da wurde beim VfB innerhalb von einem Jahr grob 4.800 Abonnenten Zuwachs geschätzt. Vergleich, bei Frankfurt sind es 138.000 Abonnenten mehr und eben auch, um einen Fernvergleich zu wählen, bei Bremen, Zweite Liga, sind es 24.000 Abonnenten mehr gewesen. So, das ist halt einfach ziemlich, oder generell einfach auf YouTube von der Größe her sowieso einfach schwach für so einen Riesenverein wie den VfB. So, wir haben über 70.000 Mitgliedermann. Bremen, wie gesagt, nochmal der Bremen-Vergleich, die haben etwas über 40.000 Mitglieder, nach den Zahlen, die ich gefunden habe. Auf YouTube haben wir 46.800 Abonnenten aktuell. Bremen 124.000 Abonnenten. Twitter and Insta only. Man könnte echt das Gefühl bekommen, dass der VfB schlicht keinen Bock auf YouTube hat, weil den geilen Stuff, den gibt es ja wie gesagt gefühlt nur auf Instagram und Twitter. Cooles Video zum Abschied von Daniel Nidawi, wo der Vertrag nicht verlängert wurde, Instagram und Twitter. Geile Aktionen, paar Fansachen reposten vom Köln-Spielen, Instagram und Twitter. Fan-Video aus der Kurve hochladen, Twitter. Wie vorhin schon gesagt, mach da doch einfach ein Highlight-Video draus oder sonst was in die Richtung Best-ofs, Saisonrückblicke und so weiter. Einfach mal auch, von Fan-Views abgesehen, Bundesliga-Rechte nutzen. Das frustriert mich ja wirklich mit am meisten. Man hat ja alles, was man braucht. Man hat doch safe jegliche Rechte an jeglicher Spielszene, Fanszene, jeglicher Scheißaufnahme vom Spiel. Und man macht halt absolut nichts daraus auf YouTube. Ich meine, ich habe das ja eine Zeit lang gemacht. Trailer zu jedem Spiel mit, auch länger her, historischen Highlights von vor vier, fünf Jahren, die zum Spiel gepasst haben und so weiter. Nur habe ich halt natürlich keine Rechte daran. Deswegen mache ich es ja nicht mehr. Ich kann sowas halt leider legal nicht machen. Das ist halt der Scheiß so. Der VfB kann es und tut es halt nicht. Das frustriert mich einfach so, gerade in meiner Position doof gesagt. Man lädt Trailer hoch, das ist schon richtig. Aber auch wieder so unter eine Minute Dinger und auch wieder nur mit so ein paar Highlights aus den letzten Spielen. So nichts Halbes und nichts Ganzes finde ich bei diesen Trailern. Und auch da, nicht auf YouTube. Und bleiben wir mal beim Thema Saisonrückblicke. Es gibt halt sowas schon. Dass ich gerade so ein bisschen eingefordert habe, es gibt es ja sogar schon. Da halt lustigerweise, um mit dir in dem Wortlaut zu bleiben, Website only. Zur letzten Saison gab es wirklich einen coolen Saisonrückblick. Schön geschnitten, Highlights mit drin. Ich glaube ein bisschen tat und so weiter, aber inzwischen mal noch was gesagt und so weiter. Wirklich schön gemacht, geil gemacht. Aber man sieht es nur, wenn man diesen Artikel, doof gesagt quasi, vom VfB, diesen Eintrag bei denen sich anschaut. Dann ist das Video da mit drin, da kann man es gucken. Auf YouTube nicht. Und ich weiß nicht warum. Seht man sowas? Bei VfB TV only war es ja auch nicht. Also warum lädt man sowas nicht einfach auf YouTube hoch? Also bin ich da falsch informiert? Darf man es einfach nicht oder hatten die einfach keinen Bock da drauf? Sie wollen auch nicht. Und da, um ein bisschen in diesen Punkt einzuleiten, gibt es ja auch so ein bisschen diesen Running Gag, dass beim VfB die Medianteilung nur von Stadionsprecher Holger Lasse geschmissen wird. Da gibt es so ein bisschen diesen Running Gag, weil der ja auch immer wieder gefühlt immer bei Interviews da ist und quasi immer irgendwie irgendwo präsent ist in Videos und so weiter. Man hat das Gefühl, der schmeißt den Laden da alleine. Logischerweise ist das nicht so. Das ist auf jeden Fall nicht so. Soweit ich weiß, muss ein Klub in der Bundesliga mindestens drei Medienverantwortliche in Vollzeit beschäftigen. Zusätzlich wird mindestens ein weiterer Mitarbeiter empfohlen. Und jeder Klub muss einen Social-Media-Feed-Beauftragten stellen. Soweit zumindest mein neues Wissen aus diesem Semester. Da können wir mal kurz gucken, was man so findet online. Und dann eben zu der Abteilung Medien, Kommunikation, wie auch immer, ist Steffen Lindenmeier, Medienbeauftragter, Tobias Kaufmann, der Leiter Medien und Kommunikation und eben auch schon Urgestein seit 2014 dabei, Tobias Herwerth als Direktor Medien und Kommunikation. Und jetzt dazu, warum ich so ein bisschen das Gefühl bekomme, dass die da gar nichts Neues wollen, so gar keine neuen Impulse wollen, das Stichwort Praktikum. Ich war ja bei der STZ und STN und bei meinem VfB im Praxissemester, war ja alles sehr, sehr geil. Hatte mich, oh Wunder, auch beim VfB beworben, so. Also hier geht es darum, gerade um das letzte Wintersemester, also 2021, 2022. Da gab es einen Praktikumsplatz Medienkommunikation und einen für Kreation. Ich hatte mich auf den Medienplatz beworben und dann grob 5,5 Monate später die Antwort bekommen. Da war ich schon im anderen Praktikum drin. Durch interne Umstrukturierung wird es die Stelle nicht mehr geben, so. Sehr schade, da geht es doch gar nicht darum, dass ich nicht den Posten bekommen habe, so. So, da werden noch 100 anderen Leuten abgesagt worden sein, genau auf die Art und Weise so. Jetzt gibt es auch auf der Seite von den Praktikas nur noch Kreation. Das hatte sich, glaube ich, inhaltlich auch ein bisschen unterschieden eben zu Medien. Und Kommunikation würde auch nicht mehr ganz in das passen, worauf ich so direkt Lust hätte, so. Aber das ist mal ganz nebenbei. Ich finde es nur einfach ganz grundsätzlich schade, dass es das halt nicht gibt. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie der VfB genau aufgestellt ist, aber woher soll der frische Wind kommen? Nicht mit der Zeit. Das wird jetzt ein bisschen ein kürzerer Punkt, weil mich jetzt die Plattform, die ich gleich ansprechen werde, nicht so dermaßen juckt so. Aber einfach nochmal als Beispiel, wie man eben gewisserweise irgendwo einfach den Anschluss verliert und irgendwie auch nicht so ganz mit der Zeit geht eben. Thema TikTok. Der VfB hat keinen TikTok-Account. Auch hier mal einen anderen Vergleich gezogen, auch mal keinen Frankfurt-Vergleich gezogen. Kreuter Fürth hat einen TikTok-Auftritt. Letztes Jahr Platz 18 geworden, um mal den Vergleich zu ziehen. Die Spieler machen so ein paar Hams ja und vielleicht sollte man da vielleicht erstmal anfangen, dann im Kulibali doch dann das Handy aus der Hand zu nehmen während dem Auto fahren. Das gibt es auf YouTube. Denn, wie so oft, zum Glück hat der VfB seine Fans auch auf YouTube, so vorhin schon angesprochen. Die Jungs vom STR-Podcast machen das Bock stark. Ich bin seit Jahren am Start zum VfB. VfB-Update ist da. Vielleicht sind wir denen vom VfB, den Verantwortlichen, da auch ein Name. Vielleicht nicht. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall am Start. Und da ist ja auch schon ganz cool was zu sehen gewesen. So, gerade eben auch die vielen anderen Podcaste. Wir haben es ja nicht nur STR so. Beim VfB ist ja viel gerade ein Podcast am Start so. Da wurde ja auch was zusammen gemacht. So, ich denke gerade zum Beispiel an die Podcast mit den Präsidentschaftskandidaten damals so zur Wahl, die dann Vogt gewonnen hatte. Und eben auch danach mit Vogt zusammen. Dieses Video von den beiden STR-Jungs, von Ricky und Sebastian. Wo die einfach mal kurz nach Mitgliederversammlung mit dem kurz gequatscht haben. So, das ist alles locker cool. Der Verein ist ja auch so. Die verantwortlich auch wirken recht locker, wirken offen, wirken fähnnah und so weiter. Einfach mehr davon. Übertrag das einfach. Geht doch. Weiter so. Ganz aktuelles Beispiel, das U19-Video vom VfB. Richtig, richtig geil. Auch wieder so Inside-mäßig wie Frankfurt oder zum Beispiel auch Liverpool im ganz großen Stile. Richtig geil gemacht da. Rund ums Finale so. Hoffentlich war das ein Anfang. Umsetzungen da eben auch hoffentlich bei den Profis. Also bitte. Weil wir hatten sowas auch schon 2018, 2019 gab es schon mal eine U19-Pokal-Doku. Ich hoffe, dass das nicht einfach nur Jugend-only ist. Und damit zum Fazit. Auf Twitter finde ich ist der VfB sehr, sehr nah als am Start. Instagram geht auch komplett fit. Es ist halt wirklich nur YouTube so. Darauf will ich hier hinaus. Bitte pusht euch bitte auf YouTube so. Es ist halt gerade auch vor allem mein Steckenpferd. Ich mache es seit Jahren. Es ist halt so meine Plattform einfach. Aber ich bin, wie ich es auch schon vorhin ausgedrückt habe, ich bin halt einfach limitierter als ein Verein. In Rechten, in Möglichkeiten, in Zeit, bla bla bla. Da ist so viel drin. Man kann so geilen Scheiß rausholen. Aus den Fans, aus dem Verein, aus den Spielen, was auch immer aus den Spielern. Und das ärgert mich, weil ich wie gesagt ja auch so viel mache und so viel noch mehr machen wollte. Aber eben diese Möglichkeiten, gerade beispielsweise Bundesliga-Richter und so weiter, halt nicht habe. Hätte ich die, das wäre ein Traum. Und deswegen, das soll hier kein Draufhauen sein. Ich glaube, das war es auch hoffentlich. Ich hoffe, das kommt hier auch so nicht rüber. Es soll kein Draufhauen sein. Das ist wirklich einfach nur eine, ja keine Ahnung, eine Grundgebung von meinem Frust mittlerweile. So, eben wie gesagt, einfach weil YouTube halt so meins ist und ich einfach mir denke, was soll das so? Macht doch einfach was draus, so macht was draus. Es wird mir zu wenig genutzt, dass da alles da ist, aber habe ich alles schon oft genug gesagt gerade. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Und zum Schluss lege ich euch nochmal mein Stadion-Vlog-Best-of ans Herz. Finde ich es sehr, sehr geil geworden. Zieht es euch gerne nochmal rein. Bleiben wir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.